Das Fränkische Amtsgericht in der Luna-Bühne in Weißenburg verhandelt übermorgen den sage und schreibe 100. Fall. Was vor neun Jahren als Spaß und Experiment begann, ist inzwischen eine feste Größe geworden im dortigen Theaterleben. Und es sind immer noch Aktivisten der ersten Stunde dabei. Gespür für Stein hat Florian Gerbig aus beruflichen Gründen. Doch nach Feierabend, da beweist er dann sein Gespür für Bühne, Text und Rollen. Als einer der Mitspieler der ersten Stunde beim Fränkischen Amtsgericht. Zusammen mit dem Steinmetz proben auch eine Lehrerin, ein Kellner, ein Ingenieur, eine Sachbearbeiterin und ein Formenbauer. Seit Jahren treffen sie sich regelmäßig in der Weißenburger Luna-Bühne zur etwas anderen Gerichtsverhandlung. Das Erfolgsrezept? Geschichten, die das wahre Leben schreibt. Genau das ist es auch, was Florian Gerbig daran so gefällt. Und Theaterleiter Thomas Hausner schreibt die wahren Fälle für die fränkische Bühne um. Wir haben natürlich auch schon Fälle gehabt, die also tatsächlich hier bei uns passiert sind. Also wir hatten schon den Duck-Jogger hier bei uns. Also nicht den Original, sondern natürlich nachgestellt. Letztens war in Gunzenhausen so ein Riesendrama haben die gehabt mit dem Zirkus. Moskau hieß der, bei uns hieß er dann Zirkus Ankara. Herr behüt uns, was ist passiert? Jawohl, und zwar hat er beklagt, der hat auf mich geschossen. Ja, dabei klang eine Kugel in mein Gesäß ein. Und diese musste operativ entfernt werden. Und unter den Folgen leide ich noch immer. Ich bin der Kläger. Ja, klar gegen ihn, weil er auf mich geschossen hat. Und bei mir ist es genauso. Wir haben im Text gelernt. Irgendwo versuchen, in die Rolle reinzufinden. Und das werden wir jetzt versuchen. Text auch gelesen, die Rolle irgendwie versucht zu finden. Und mir was Lustiges dazu überlegt. Jede Darsteller soll seine Rolle selbst interpretieren. Auf- und Abbau ist Männersache. Um die Kostüme und Rekvisierten kümmern sich dann die Damen. Und pro Aufführungen werden vier Fälle verhandelt. Meine Damen, Sie sind hier, weil Ihnen gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr und Alkohol am Steuer vorgeworfen wird. Auch seit dem ersten Fall immer mit dabei Liedermacher Arthur Rosenbauer. Bei 100 Gerichtsfällen waren Sie dabei. Das fränkische Amtsgericht ist noch dann nicht vorbei. Der Herr behüt uns, will 25.000 Euro Schmerzensgeld für einen Schuss in den Hintern. Der Gesäßschuss von Florian wird insgesamt viermal verhandelt. Und wie beim fränkischen Amtsgericht üblich, wohl immer vor ausverkauftem Haus. Die Sitzung ist geschlossen.